Aramis, wer bin ich? Oh mein Gott! Du willst deine Freiheit, nicht wahr? Ja. Halt ihr von mir! Nein! Nein! Nicht! Nehmt das weg! Hört ihr! Lasst mich aus! Lasst mich da nicht aus! Nein! Ich habe erfahren, dass es in Frankreich einen jungen Mann gibt, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem König hat. Und morgen wird dieser junge Mann den Platz ihrer Majestät bei der Ankunft der Infantin von Spanien einnehmen. Ich denke, das behagt euch. Und ihn werden sie ermorden. Das kann nicht wahr sein. Colbert und die Musketiere waren die einzigen, denen euer Vater vertraut hat. Ich selbst habe die Wahrheit erst vor zwei Jahren entdeckt. Und ihr ließt den Mann leben? Er ist dein Bruder, Louis. Zwillingsbrüder, du verstehst. Zwillingsbrüder als Erben des Thrones von Frankreich. Unmöglich. Waghalsige Männer begannen Bürgerkriege schon aus weniger triftigen Gründen. Ich stelle fest, Ihre Majestät ist nicht ganz nach meinen Erwartungen. Ich hatte wohl ein Bild von euch, aber das Bild eines Mannes sagt nicht alles über den Mann. Das gebe ich. Wir sagen ihm so Wort, D'Artagnan. Wir sagen ihm was? Dass du den Bruder des Königs heiraten wirst und nicht den König. Hm. Wir sagen ihm was. Dann. 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 sharper.